Uhtrow, was machst du da? Wird er? Uhtrow, nein! Mary, bitte geht zur Seite. Auf deine... Steh auf, Darlis Vincent. Ich bin bereit. Ich werde mein Schicksal akzeptieren. Gut. Uhtrow, bitte warte! Für euch ist es hier nicht sicher. Beeilte euch und verlasst das Schloss. Was? Zuallererst solltest du dir deine Wunden ansehen. Wir werden später weiterreden. Was ist das? Was glaubst du, was du da tust? Ich werde einen anderen Weg als mein Vater bestreiten. Wir werden zusammen für Fandarias Zukunft arbeiten. Wir werden am Ende darum kämpfen, was für ein Pfad unser Land einnehmen wird. Nicht mit unseren Klingen, aber mit unseren Worten. Der Sohn von Isaac, dem Waisen, ist weiser als sein Vater selbst. Ich... Ich gebe mich geschlagen. Darlis... 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 Ja, so soll es sein, Mary. Das stimmt. Nein, zu sagen, während du gerade glücklich bist, wäre absolut nicht rechtens. Das beste Glück für euch. Seid ihr damit einverstanden, Meister Leon? Sie ist immerhin noch unter Arrest? Hm, ich werde es in etwa so berichten. Sie wurde verletzt und wir hatten keine andere Wahl, als sie zurückzulassen. Danke, Leute. Ich bin so glücklich. Wutrow. Wutrow. Wegen dir bin ich jetzt mehr vorbereitet. Für was denn vorbereitet? Ich weiß jetzt, was meine Verantwortung ist und ich bin bereit, die Schulter der Bürden eines Herrschers zu tragen. Oder so. Deswegen zuallererst und weiter noch müssen wir Grey Bomb zur Strecke bringen. Gehen wir. Du hast recht. Auf geht's. Alle. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Für die Sicherheit. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Und Mary hat uns verlassen. Showdown beim Urentor. Ich sollte nicht länger zögern. Ich werde meine Pflicht als König erfüllen und Greybomb zur Strecke bringen. Greybomb, ich werde dich mit nicht davon kommen lassen. Wir werden ihn im Urentor in Heidelberg Schloss finden. Gut. Älterliche Bande. Die Situation mit Darlis hat sich gut ausgewirkt. Nicht für Mary, aber für Wattro auch. Ja, dein geschiedener Vater. Es scheint, dass der Tod des Königs sehr schwer auf seinen Schultern lastet. Wenn ich mir das so ansehe, ist es kein Wunder, dass wie wichtig die Eltern für ihre Kinder sind. Nicht, dass ich es wüsste. Ritri, du weißt. Wie es ist, keine Eltern zu haben. Nun, manchmal frage mich schon, was mit ihnen ist. Nun, manchmal. Ich verstehe. Naja, genug davon. Lass uns gehen. Hm. Zum Urentor. Greybomb ist an der Spitze von Heidelbergs, äh, Schloss Heidelbergs Urzum. Es ist Zeit, dass wir das jetzt, äh, an die Hand nehmen. Oder uns darum kümmern. Okay, die Frage ist nur, ähm, hier habe ich jetzt so viele Wege, ne? Welchen nehmen wir am besten? Ah ja. Ich glaube, hier einmal vorbeizuschauen war gar nicht so schlecht. Eine blaue Linse. Und noch eine rohe Linse. Vielleicht kann ich noch ein paar Rüstungen gleich entsprechend aufwerten. So. Was haben wir hier drüben noch? Noch eine Truhe. Chris, äh, Dolche. Oder Chris Dolch. Das wäre was für Leon, ne? Jetzt ist Fili ja sogar wieder dabei. Ich könnte Woodrow auch mal wieder dazu holen. Oder soll ich Fili ja erst mal drinnen lassen? Weil Fili ja ist eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ich meine, Bogenschützen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Na komm. Wir kommen erst mal dazu, Woodrow. Dich haben wir bisher noch nicht auf den, ähm, Aktionen gesehen. Hatten wir auch nicht wirklich groß die Gelegenheit. Ach ja, genau. Ich wollte ausrüsten. Genau, das ist ein Ohrring, ne? Ja, das bringt zumindest ein bisschen was. Ah ja, und genau. Die Swordians kann ich auch noch mal kurz gucken. Ähm. Genau. Okay, das ist noch nicht gemeistert. Ist überhaupt noch bei irgendeinem NLW etwas groß gemeistert worden? Ne, ne? Ja, komm, den physischen Angriff können wir ja erhöhen. Äh, hier noch irgendwas. Genau, das ist gemeistert. Das ist gemeistert. Das können wir machen. Ups, halt. Ja, mehr kann ich gerade eh noch nicht bei Chaitia machen. Okay. Und bei Clemente? Ne, da kann ich auch noch nichts. Also, wirklich gelohnt, danach jetzt zu gucken, hatte ich ihn nicht unbedingt. Aber ich kann gleich wirklich noch wegen der Rüstung mal gucken. Boah. Nach diesen Monstern hier wohl bemerkt. Brenner. Okay, die Jungen kümmern sich da links um die Gegner. Dann hoffe ich, dass ich den da so alleine auch noch schaffe. Wie viel hast du denn? Ach, nicht mal ganz so viel. So. Juhu. Naja, auch wenn Mary sich jetzt mit Dardis aussprecht, beziehungsweise nach Hause begeben hat, wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir Greybone vernichten. Und dann werden alle wieder hier in Frieden leben. So. Genau, Rewise einmal. Muss ich nur gucken, ob ich überhaupt etwas groß machen kann. Physische Verteidigung sinkt dadurch. Die Titanenrüstung wäre besser. Könnte ich sogar machen. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt daraus eine Titanenrüstung. So. Sehr schön. So, wie sieht es beim Schwarzmantel aus? Das hier geht noch nicht, aber das hier ist sowieso der Bessere. Kriegst du direkt? Direkt noch ein paar weitere, natürlich. Okay. Stahlplatte. Wäre auch die Titanen, die Titanenplatte die bessere Wahl. Jopp. Gut, das andere geht halt auch noch nicht. Ich könnte sonst höchstens noch bei ihr den Schwarzmantel einmal aufwerten. Gut. Dann ist schon mal die Rüstung besser. Eine schwarze Robe habe ich noch bei viel, ja? Ah, für das Landkleid reicht es nicht ganz. Also, da fehlen noch ein paar Level. Sonst könnte ich ihr das Landkleid geben, was auf jeden Fall deutlich bessere Verteidigung gibt. Deswegen lasse ich das erstmal. Bei ihr kann ich sowieso noch nichts weitermachen. Ich könnte auf jeden Fall noch mehr physischen Angriff für Starn herholen. Machen wir direkt. Jetzt fehlen leider noch sieben. Beziehungsweise, ich habe nur noch sieben. Ja gut, egal. Mehr kann ich gerade nicht mehr machen. Beim Aufwerten. Okay. Zumindest haben wir jetzt bessere Verteidigung. Moment. Ich habe hier wieder zwei Wege. Das da sieht so aus, als wenn ich da hoch könnte. Beziehungsweise hoch muss. Deswegen lassen wir das erstmal. So, verbrennt. Noch Mensch. Geht doch. Hier gibt es auch wieder so viele Wege. Okay. Ich werde mich hier in diesem Schloss verlaufen. Moment. Oh, seht mal. Das ist doch... Doch, das ist der Thron hier. Wenn du ihn genau ansiehst, siehst du, dass es ein zeremonischer Stuhl ist. Ja, das ist wahrscheinlich dann der Thronsaal des Königs. Auf jeden Fall ist hier noch nicht der Uhrenturm. Was auch klar ist, ob er direkt jetzt schon dahinter wäre. Weil ich will jetzt auch, wenn hier noch ein paar Sachen rumliegen, die nicht einfach mal hier rumliegen lassen. Das wäre ein bisschen schade. Na komm. Yes. Oh, Resurrection, yay! Gut, dann schau ich mich erstmal hier auch rum. Da ist was. Eine Rüstung, ein Vermilion. Wer kann den tragen? Kann den überhaupt einer von euch tragen? Ich glaube nicht, ne? Okay, Leon kann sie tragen. Kriegst du auch direkt? Gut. Mehr haben wir hier nicht, ne? Keine Schubladen, die ich durchwühlen kann, schade. Ja, gerade in dem Schloss müsste man eigentlich mehr als genug Reichtümer finden können. Denke ich mir so. Aber ich glaube, so einfach ist es hier dann doch nicht. Die Leute sind mit ihren Besitztümern hier abgehauen. Aus Angst vor Greybomb. Haben scheinbar in der Flucht auch an alles gedacht. Naja, fast alles. So, weg mit dir, Schatten. Geh mir aus den Augen. Gut, der ist schon mal weg. Jetzt nur noch alle gegen den Einschatten. Perfekt. Jetzt habe ich wieder ein paar Sachen gemeistert. Ich habe jetzt leider nur so schnell nicht gesehen, bei wem. Okay, das haben wir. 20. Maximal CC brauche ich auf jeden Fall noch. Kritisch wäre auch natürlich geil. Okay, das ist gemeistert. Betäubung auf jeden Fall verringern. Ist definitiv nicht verkehrt. Ja, mehr war es ja gerade nicht. Okay. Dann schaue ich erstmal da drüben beim Thronsaal nach. Was hinter den Türen sich verbirgt. Aber ich glaube, da geht es nicht zum Urgenturm. Ne, hier sind einfach nur ein paar Zimmer. Eine heilige Flasche. Das sind wahrscheinlich die Schlafgemächer von König und Königin. Wenn man mal so annehmen kann. Dann muss ich doch den anderen Weg einschlagen, wo ich als erstes war. Wo ich gesagt habe, nee, das sieht wichtig aus. Dann gehe ich da auch gleich hin, soweit ich das andere Zimmer durchgewühlt habe. Sind gerade ein bisschen zu lästige Zombies. Okay, yes. So, was gibt es hier noch Tolles? Kisten. Nichts als Kisten. Ist gar nichts. Das ist halt einfach hier so eine Art Pokertisch. Sieht fast so aus. Die Könige haben auch gepokert. Naje. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt den anderen Weg. Weil der wird dann definitiv wohl zum Urgenturm führen. So kann ich sagen, ein bisschen daneben, ne? Scheiße. Na, komm. Geschafft. Drachengummi. Davon habe ich momentan noch so wenige. So. Kann ich hier hinter? Nee. Okay, das ist das so aus wie ein Vorhang, wo ich einfach mal hinter könnte. Sei gegrüßt, Dinas. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du wurdest auch noch nicht in April geschickt heute. Falls doch, tut's mir leid. Nee, da mit euch Skeletten. In den April. Ich weiß schon, weil heute der 1. April ist. Noch der Schatten. Komm schon, der hat keine Überlebenschance. Ich sehe aber gerade, dass die Statuswerte ziemlich unterschiedlich verändert wurden. Oh ja, doch. So weit geht's mir auch ganz gut. Das ist doch schon mal auch gut. Wenn du dem Ganzen noch entronnen bist bisher. Mach dich essen. Sonst ist hier nichts? Nee, da kann ich nur runter. Meinst du, Rabe? Du weißt schon, ich habe auch eine Uhr an der Wand. Die hört man sogar im Stream teilweise ticken. Und die tickt richtig. Also so einfach kannst du mich nicht in den April schicken, Rabe. Dann würde ich aber gerne wissen, wann und wie und so. Warum funkelt das hier? Du versuchst, aber es bewegt dich kein Stück. Okay. Muss ich auf die andere Seite. Aber eine Mimik von Das hat sie losgesteckt. Das würde es dann vielleicht erklären. Wobei, würde man die nicht hören? Die brüllen doch manchmal ganz gut. Die klappern mit ihren Zähnen. Ich wusste, ich hätte meine Streichholzfalle aufstellen sollen. Scheiße. Ja, nur ist zu spät. Ich finde aber gut, dass wir gerade echt gut Level-Ups hier einkassieren. Mmh. Mh. imerkikäle